So, hier der erste Sanke. Sanke Sakai Fischfarm. 50 cm plus minus 1. Sehr gutes Penny ist noch in der Entwicklung. Sumi in der Entwicklung. Skier war sehr gut, auf Qualität gut. Wachstum für einen 15, 16 Monate alten Fisch, sehr gut. Endmaß nächstes Jahr Mai, Juno, 55 bis 60 cm, die Perra auf 60. Wenn jemand Interesse hat, der Fisch ist noch frei. Sehr schöne Flossen. Ist hoch, also wird groß. Schöner Kopf. Keine Nippon hier. Schöner Kopf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017